Das 15. Pfingst Spektakel Rock Festival statt in Adnan Puchheim vom 9. bis 12. Juni. Zum Jubiläum gibt es ein Line-Up vom Feinsten mit Viso, Blumentopf, The Bones, Doggy Dog, Texta, Jammeram und viel mehr. Du hast noch kein Ticket? Dann wird's Zeit? Hol's dir auf www.pfingstspektakel.com und bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.